Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch eine coole neue Challenge zeigen die richtig easy ist und ich euch auch ein richtig cooles Tutorial dazu gebe. Zuerst will ich euch mal sagen, die Challenge für das was ihr machen müsst, hört genau zu, nicht einfach wieder da losrennen. Ihr müsst Runde 3, 6 und 9 beachten, weil da fliegen ja solche Pakete runter, Supply Drops. Wenn die runterfallen, ihr dürft die nicht öffnen. Ihr müsst wirklich schauen, dass die Kiste zu ist und ihr müsst die einfach liegen lassen, so wie wir da im Spiel. Und das Runde für Runde, also das heisst Runde 3, 6 und 9, dürft ihr die Kiste nicht aufmachen. Wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr automatische Herausforderung, aber erst nachdem ihr den Brenner getötet habt. Ihr seht es dann gleich im Video, wie ich das auch bekommen habe und es war wirklich nicht schwer Leute. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, ich mache wieder einmal ein Tutorial dazu, weil alle haben es irgendwie auf Englisch hochgeladen und weil es gibt ja Leute, die können kein Englisch oder haben kein gutes Englisch. Und ja, da hilfe ich einfach ein bisschen mit meinen deutschen Tutorials und wenn euch es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye. Musik